Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands, zusammen mit dem Chris und dem Klaas. Ja, schön. Ich glaube ja 9000. So. Jetzt haben wir noch zwei Missionen, Scavenger, Sniper Rifle und Leaving Firestone. Machen wir erst noch die Nebenmission, da kriegt man einen Sniper. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich... Wo müssen wir erstmal dahin? Die ist beschissen. Erstens mal. Dann machen wir Hauptmission, oder? Leaving Firestone. Ist mir wurscht. Also, Leaving Firestone. Ist alles beschlossene Sache. Oh yeah. Das hat mir gewachsen. Oh. Nein, jetzt bin ich gerne. So. Ich greife das Auto an. Botsch. Und Botsch. Sandro? Nein. Da kam jemand geflogen. Oh. Ich hab ne schöne Krisewaffe. Und ich penetriere dich. Oh. Ich dachte schon. Claptrap talked to, und dann Ernest found. Ernest found. Ihr travelt! Oh, ich wollte grad voll gegen die Mauer fahren. Schade. Keine Sorgen, Leo. Du bist hübsch. Du bist hübsch. Wir können deine Tüpferei verkaufen, die ist ziemlich hübsch. Du bist hübsch. Warte, ich schieb dich mal an hier. Komm. Nicht. Ich seh nicht. Gut, gut, gut. Da einfach weghüpfen. Na? Oh, hallo. Wir müssen hier hoch. Hallo. Freunde. Geht es auf? Hallo. Hallo, mein Kleiner. Hallo. Leaving Firestone. Oh. 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 Ich kenn. Ne, doch nicht. Oh, oh. Jetzt wird's funny. Nein, ich bin schwirr im Geschütz. Super. Ja, you know, luck is an old buddy of mine. And, uh, but old buddy, I mean, asshole, that ruined my old girl parts. Hi there. Hui. Erstmal ich will die einsteigen. Das sind feindliche Fahrzeuge, die jetzt dann kommen. Nein. Ich hab schon, ich hab schon anvisiert. Level 18. Puh, 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 puh. Rammeln. Huh? Puh, puh, puh. Jawoll. Voll aufs Maul. Gleich der nächste hier. Naja. Äh, alter Rammfahren. Wir haben noch 70 Leben. Gut, ja, ja. Komm mir weg hier. Alle auf den Crash. Ja, wir, wir müssen uns regenerieren. Da vorne steht ein Gegner. Da vorne. Ja, 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 ich weiß, was drauf. Juhu. Wie spannend hier. Na. Geht denn da drüben? Na, oh. Ja, ja, ja. Yippie. Ah, ja. Jawohl. Nein, 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 ah, schieb mir nicht weg, so jetzt aber, klatschi, 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 oh oh, wir sind gleich tot, wir sind tot, ne, ich nicht, aufs Maul, 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 oh oh, ich bin tot, ach, das sind 20, hallo, nein, ich helfe dir mal auf, uh, deck mich, halt einfach drauf, das soll ich dir nachladen, ja, ich steh hinter dir, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, muss die Deckung, hier kommt ein Stein, so, es gibt dir mal ein bisschen was aufs Maul hier, Leben, Leben, schön gibt's auf die Fresse für mein Geschütz ja jetzt muss man einfach wenn er will ein und sonst Geld? Ja genau! Flasch, einfach weg! es ist wie christmas weil die habe irgendwas schießt das ist christmas oh moni schau kurz auf den Dächern nach was ist denn das hier du micho Leute, man kann auch hier oben wie heikel spawnen ne 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 ich hab den Fahrer gewechselt mal gucken ob wir jetzt ob wir jetzt länger überleben ich bin hinter euch ich I see you oh wer ist Nulang? kommt das nicht? ich werde hier nur mit dem Godzilla oder Gagzilla jep alter Gagzilla geil eingeparkt Perfekt die mache Liebe wilde Autoliebe Trouble ich bin nicht schuld wenn ihr nicht mehr ausparken könnt welches Level ist denn die da unten? oder das da? Sandro geh mal vor und sagst uns welches Level die ist alles klar Perfekter Plan so und ich geh jetzt nen Tee trinken oder müssen wieder alle rein da vorne steht auch schon eine oder? nein bleib oben welches Level ist die? bleib oben schlag sie mal ich muss den Köder ranhängen das war der Köder hier jetzt kommste pass auf da ist sie welches Level ist sie denn? ah 21 kann man hier runter gehen ich lenke sie ab warte nein die trifft man von dir sogar nein jetzt ist sie gleich wachst du mal mehr zu der Ritze hin du musst weg springen springt immer weg seitlich springst dann voll ex Viech ey warte mal ich glaub Nahkampf ist nicht so gut bei dem Viech ich überlege oder? ja genau seitlich weg springen bringt's voll wuh hallo kompletter Laser 3 2 1 go voll ins Maul hier jetzt zieht der komm was ab oh oh ja zieh komm was ab im Prinzip muss wir immer warten bis der Laser kommt und dann ein Neihauern mach mal das mal mach mal das mal du sprich doch sowieso nicht du Drecksviech gib dich auf Skak-Zinner mein Name ist Skani Laser mach den Laser mach ihn na los du willst doch auch au reinhalten reinhalten hab reingehalten wie sie zuckt ich mach mal kurz das hier zum heilen guck mal hier meine kleine Laser guck mal hier meine kleine Laser wir sind aufs Maul hier hallo hast du wieder Laser? ja ja ich kann gar nicht drauf halten ich bin auch im Berserker Modus ich brauch echt mal bessere Waffen ey meine Genie lang sind so auf dem Sand ey ja war meine Sniper die ist sowas von shit ey obwohl ich glaub ich hab ned was da wegen ne hab mein Geschütz die ist sowieso nicht kaputt dein Geschütz doch ist einfach okay wieder ja echt ja sicher ja sicher ich werde doch voll enter hallo 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 mach den scheiß Laser hier ja macht's ja kostet seine Stimme hallo hallo kann sie noch ein bisschen hinziehen ohja ohja da hab ich grad ein paar Critical reingehauen ja Raketenwehr verzieht er voll wenig ab wer seuf denn hier ja erstmal gemütlich einen runter übern Durst ja auf die Fresse ist auch gar nicht weg das Viech naja ja wo hüpf woanders hin ja wieso nur auf mich geht ey und jetzt noch nicht lang was ist das für eine Kotze laser los jedes mal wenn der Laser kommt hab ich irgendwie so ein Rohrwurm für mich nein dann auf zu hüpfen du dreckst dich jedes mal wenn der Laser kommt jedes mal wenn der Laser kommt ja genau trifft mich ich bin ein Ball ist jetzt auf den Griff hallo 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 was macht das Ding jetzt hallo naja macht Liebe hallo los hallo oh ja im Prinzip musst du immer noch weit zwischen rechts werden dann springt entweder oder noch die Laser Laser oh ja das gab dick dick auf die Fresse Laser ja also hab ich nicht von Anfang an wenn die Sniper vorgegangen wäre das wäre doch nicht so schlecht wie ich dachte ah geh weg weg flieg na los und Laser ja gleich ist er weg die Grenade war grad fehl ah Laser jetzt geht's aufs Maul du Drecksviech bam 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 ah die macht hier kein Damage ey ich heim mich zu schnell wieder hoch hehehe die hoff ich nur weg mehr nicht na komm her du willst doch feucht in dein Gesicht meine Faust was ist denn die haut ab na komm geh da wuuuuuhu wuuhu ich nehme noch keine Waffe auf ich nehme erst das auf was wir brauchen Waffen waffen das Geld brauch ich nämlich so ihr könnt euch umschauen SMG Geld wird doch eh aufgeteilt man ja aber ich nehme erst mal das Geld auf wie wärs mit nem Schild Sonst heißt es wieder, also das wäre eins. Ja, besser als meins ist es. Ähm. Er ist mein Skillpunkt. Nö. Könnt ihr auch meine Wahl. Was soll denn noch für ein Skillpunkt? Guck dir mal die Sniper an, hat das Viech gedrockt, vielleicht taugt es dir. Auf jeden Fall. Geil. Gut, weil ich warte nämlich jetzt bis ich Level 21 bin, dann kann ich meine... Oh ja, dann ne. Maximales Leben um 60% erhöht. Obwohl, naja. Schlechter als meins. Ich muss Level 22 werden für meine nächste Sniper. Melee Damage brauche ich sowieso nicht. Ja, mach mal das. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Leben. Was liegt da hinten alles in der Ecke? Äh, hier ist was für ein Hunter. Irgend so ein 2300... Dollar Ding. Hier. Da. Hier. Ich tübege es. Ja. Hohoho. Hohoho. Was bekommen alles, was du drin hast? So, ich muss mal kurz hier Inventar... Äh, ich habe hier noch was für ein Hunter vorhin aufgenommen auszusehen. Ich habe gedacht, das ist für ein Berserker. Hier, warte. Drop. Na. Was ist das? Hm. Keine Ahnung was das ist. Es leuchtet! Ah. Mein Artefakt, man. Was habe ich denn jetzt für ein Schild drin? 176er. So. Äh, Waffen, Waffen... Nur Müll. 1110... Äh, wie wertvoll sind denn eure Granaten? Ähm... Moment. 1110. Okay, ich hatte auch noch welche mit 1110. 1140. Guck mal, wie sie da steht. Auf'n Arsch! Auf'n Arsch! Nein, guck mal, das sieht so aus wie... Gib's mir von hinten, wenn ich von vorne drauf schaue. Aber da, da liegt doch noch was hinten. Irgendwas leuchtet hier noch. Oh, das leuchtet, das leuchtet, das leuchtet! Es leuchtet! Oh. Sniper-Money. Sniper-Money. Okay, dann können wir wieder raus. Oder kommen wir noch in die Höhle rein? Hm. Hui! Okay, unsere Autos stehen da oben hoffentlich noch. Ich bin voll der Freak, man. Ich hab' jetzt die ganze Zeit so'n... Anime-Lied im Ohr, man. Das wäre... Die Titelmelodie von Mirai Niki. Kenn' ich das? Ist'n bisschen... Backmissnick. Ist das geil? Alter. Perfekt eingeparkt. Hihihi. Hihihi. Ohhohoho. Ich hab' mal Sniper mit dem Problem, ne? Ja, gleich nicht mehr. Kommt drauf an, wer es beseitigt. Aber... Kannst nicht ins untere einsteigen? Wir haben einen technologischen Effekt. Schießt mal dagegen. Alter. Ah, ich schieb' mich. Oder ich schieb' mich. Ich mach' eins kaputt. Genau. Dann haben wir immer einen eins. Warte, 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 warte. Jo. Perfekt. Jetzt kriegst du's da raus. Ah, guck mal. Perfekt. Wo? Rampe, 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 Rampe. Hey Felix. Hm? Wir hätten das vorne flippen müssen. Dann hätte ich mit dem Teil zu den Monster reinfangen können, hey. Oh. Wo müssen wir denn eigentlich hin, oder? Ich drück' mal kurz M. Ah, da ist geradeaus vor. Oh, ich seh' schon, die Folge ist vorbei. Ja, bis... ähm... Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, wie wir dieses... Drecksgackviech da gekillt haben. Und ich hoffe, ihr schaut euch beim nächsten Modellen. Wenn's wieder heißt, let's play... Borderlands. Genau, Penis. Bis zum nächsten Mal. Von eurer Penistruppe. Tschau. Servus.